Jetzt hat es endlich so richtig geknallt und selbst die systemkonforme Moderatorin Dunja Hayali wendet sich gegen die Ampelregierung und in diesem Fall im Interview gegen Kevin Kühnert. In einem viralen Video schießt sie sich jetzt so richtig auf Kevin Kühnert ein und deckt die ganzen Lügen des Bundeskanzlers, was den Wohnungsbau in Deutschland betrifft, auf. So hat die SPD ein zentrales Wahlversprechen gebrochen, in dem sie bei weitem nicht so viele Wohnungen gebaut hat, wie sie vor der Bundestagswahl zugesagt hatte. Wir schauen rein. Und er hält ja weiterhin an dem Ziel fest, sagt aber jetzt, es sei schwer zu schaffen. Was soll man denn damit anfangen? Warum haben wir uns diese Zahl 400.000 und übrigens ja auch 100.000 Sozialwohnungen im Jahr vorgenommen? Es wäre ja ein leichtes gewesen für die SPD zu sagen, wir machen 200.000 im Jahr, dann könnten wir uns heute hier feiern, was wir für tolle Hengste sind. Das wäre aber unsinnig, weil wir ja wissen, dass Deutschland mehr als 200.000 Wohnungen im Jahr braucht. Aber Sie kriegen es ja nicht hin. Also dann kann man sich doch von vornherein ehrlich machen und sagen, 400.000 sind schön, die bräuchten wir, wir schaffen aber nur 200.000. Hier muss ich ganz kurz unterbrechen. Egal mit welcher Ausrede gleich Kevin Kühnert aufwarten wird, natürlich hat die SPD vor der Wahl das Blaue vom Himmel versprochen, damit sie gewählt wird. Jetzt im Nachhinein sagt sie quasi, ups, tut uns leid, wir schaffen leider diese ganzen Wohnungen nicht zu bauen, aber wirkliche Konsequenzen wird das nicht haben. Also die Politik möchte ich sehen, die Applaus dafür bekommt, dass sie sehenden Auges sich als Ziel weniger vornimmt als das, was notwendig ist. Denn es nutzt ja nichts, eine Zahl in den Raum zu werfen, die dann einfach nicht umsetzbar ist. Dann sagen Sie doch konkret, was ist denn möglich? Denn genau das war ja auch eines der großen Wahlkampfthemen von Olaf Scholz. Richtig, weil die SPD eine Partei von Mieterinnen und Mietern insbesondere ist und weiß, dass bezahlbares Wohnen geschafft werden muss. Wir senden durch hohe Förderbeträge das Signal an den Markt, dass sie jetzt richtig investieren können in neue Anlagen, in die Ausbildung von neuen Fachkräften, weil wir eine so hohe Förderung wie seit Jahren nicht haben. Bevor wir gleich den Höhepunkt des Videos anschauen, möchte ich eine einzige Frage stellen. Wie kann Kevin Kühnert allen Ernstes behaupten, dass da jetzt Wohnungen gebaut werden können, wenn man auf der anderen Seite solche Heizungsgesetze von Robert Habeck befürchten muss? Die Unsicherheit ist gigantisch. Niemand weiß mehr, welche Kosten kommen eigentlich noch auf mich zu, wenn ich jetzt ein Haus baue. Muss ich eventuell bald meine Heizung rausreißen, weil sich die Bundesregierung wieder etwas Neues ausgedacht hat? Diese Chaos-Koalition, diese Ampelregierung verhindert den aktiven Wohnungsbau durch ihre eigene kopflose Politik. 14,5 Milliarden wird diese Bundesregierung in dieser Wahlperiode für die soziale Wohnraumförderung ausgeben. Das ist ein klares Signal, dass es sich lohnt, jetzt die Kapazitäten auch zu erweitern. Das gehört doch zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, wir schaffen diese 400.000 nicht und deswegen den Menschen zu Hause, die uns heute auch zuschauen, zu sagen, realistisch ist. Aber da machen sie nicht mit. Nee, weil das ist ja, das bringt uns ja nicht weiter. Uns ist wichtig zu sagen, was ist die Notwendigkeit, die da ist und wir wollen politisch alles dafür tun, dass so viel wie möglich gelingt. Das kann man sich nicht vorstellen. Jetzt plötzlich ist Kevin Kühnert nicht mehr bereit zu erklären, wie viel Wohnraum die Ampel-Koalition schaffen will. Vor der Bundestagswahl hat man aber einfach großmundig angekündigt, man werde 400.000 Wohnungen bauen. Einfach lächerlich, wie hier die Bürger nach Strich und Faden von der Ampel-Koalition veräppelt werden. Jetzt meine Frage an Sie. Leiden Sie auch unter den hohen Kosten für Wohnraum in Deutschland? Schreiben Sie es doch in die Kommentare. Lassen Sie ein Abo da und bis zum nächsten Video. Lassen Sie ein Abo da und bis zum nächsten Video.